Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, die LLB lossiert ein sicheres, schnelles und kontaktloses Zahlsystem für das Land. Leapay, eingebettet in das LLB Mobile Banking. In den nächsten knapp zwei Minuten zeige ich Ihnen auf, wie Sie mit Leapay zahlen und Geld anfordern können. LLB-Konto mit aktiviertem Mobile Banking. Um Geld zu bezahlen, öffnen Sie Ihre normale Kamera-App und richten Sie das Gerät auf einen Leapay QR-Code, auf einem Steller, einem anderen Smartphone oder direkt auf dem Produkt. Folgen Sie dem Link zum Öffnen der Zahlung. Nach kurzer Authentifizierung per Passwort, Face-ID oder Fingerprint in der LLB Mobile Banking App gelangen Sie zum Bezahlscreen auf Leapay. Hier haben Sie die Option, den zu bezahlenden Betrag einzugeben oder zu überprüfen. Bestätigen Sie die Transaktion mit Bezahlen. Es erscheint eine Transaktionsbestätigung mit einem Häkchen auf Ihrem Display. Sie können sich nun ausloggen. Sie möchten Geld von Freunden, Verwandten oder von Kunden erhalten? Auch das funktioniert ganz einfach. Öffnen Sie das LLB Mobile Banking und rufen Sie unter dem Menüpunkt Leapay Geld anfordern auf. Sie haben nun die Option, einen QR-Code mit oder ohne fixem Betrag zu erstellen. Der angegebene QR-Code kann nun direkt von jemandem abgescannt werden oder über die Teilen-Funktion als PDF-Export generiert werden, zum Beispiel für ein Tresenschild oder direkt als Link per WhatsApp oder SMS verschickt werden. Schnell, sicher, kontaktlos. Testen Sie jetzt Leapay.